So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Madfather. Was wir machen müssen? Offenbar... Irgendwas. Holt mal. Aha. Jetzt kann ich zum Klo gehen. Ich muss meine Hände nicht ins Klo stecken, sondern kann es ganz normal rausholen. Ah, vielleicht komm ich jetzt auf der anderen Seite rein. This key is close, I don't wanna... Oh, okay. Dann hier. Achso, ja, 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 bitte. Was ist hier? Au! Ein paar Hände. Gewiesen. Ich möchte erst mal speichern. Dann möchte ich hier rein. So. Speichern. You never know, you never know. Oh. Auf. Lass mich nur mal kurz... Lass mich nur mal kurz hier gucken, was hier noch so gibt. Komm ich hier rein? Nix. Ich muss den irgendwie rauslassen, sonst ist er da unten das Ding gekaut. Oder? Oh, Nix. Oh, no, 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 no. Ich muss hier hier beginnen. Was ist noch hier? Das ist was speziell. Oh, muss ich mich doch durchschleichen, oder was? Hey. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich zurück, oder? Ach doch, das ist kaputt. Oh! So is in pieces. Ich wollte irgendwas die Pippchen kaputt machen, oder? Gott sei Dank, Alter! Hab ich schon echt so gemacht. Jakey. Ähm. Ich mach wieder Jakey jetzt? Ich glaube, wir müssen jetzt hier weit. Oder? Ich glaube, wir müssen jetzt hier weit. Ich bin schon kaputt. 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 Warum hat er mich nicht kaputt?! Oh. So. Ich bin schon kaputt. Oh, fuck. Ah! Okay. Ja, mit dem reinen Auge. Also er hat sich jetzt verdeckt, damit er nicht so ganz so karstisch aussieht. Just a little bitch. Ja, w Das klingt nach einem Plan. Ein Vater in der Ruhe. Das ist ganz schön, die kleine Eier. Rudi, oder was? Das ist ganz schön, das ist ganz schön, das ist ganz schön. Das ist ganz schön, das ist ganz schön. Das ist ganz schön, das ist ganz schön. Das ist sehr schön, das ist ganz schön. Das ist ganz schön, das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Das ist aber wirklich abgemagert. Das ist ganz schön. 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 Wo ist sie? Ah, das war der Kopf von dem König. Oh f***, meine Diary. Okay. Oh. Rutschen. Animal for fun. Klasse. Dead cats. Warum immer Katzen? Leg mich am Arsch. Wunder gets mad when she finds him. Rassler. I'm dead cat soon. Boy looks bored. Warte mal. Ich glaub ich hab's verkackt. Ich muss noch mal. Das hat's jetzt geklappt? Ich muss mit der Mutter machen. Was? was mache ich mit der mutter ach so okay ich verstehe ich verstehe aus mit dir Anni, Miss Mother scold me. Shut up, I stabbed Mother with a knife, Motherfell, oh alright. That face was really pretty. Muss ich dir nicht das Messer geben? Na? Zepke? What the fuck? Oh what the fuck? I killed Mother, I was scared and ran away far, far away towards the ocean. Mother's pretty dead face, I killed another, eventually got addicted to seeing people's dead faces. Dead, dead. 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 Terribly frightened. I'm sorry. But I did it! Jetzt speise ich. Mach mir hier das Schluss, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann. Ciao, ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020